Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Nico Rittenau und im heutigen Video besprechen wir alles rund um das Thema der Vitamin D-Versorgung bei veganer Ernährung. Im zweiten Video zu der Thematik, das kommende Woche erscheinen wird, besprechen wir außerdem, was ist die optimale Vitamin D-Supplementierung, was ist also die optimale Dosishöhe und welche Art von Vitamin D, Vitamin D2 oder D3 sollte man hinzuführen. Im heutigen Video starten wir aber mit einem allgemeinen Einblick. Vitamin D nimmt eine Sonderstellung unter allen Vitaminen ein, weil es im Grunde in vielen Fällen gar nicht als Vitamin, sondern eher als Hormon oder Prohormon kategorisiert werden muss. Wenn Menschen sich nämlich der Sonne aussetzen, ist ihr Körper grundsätzlich in der Lage, bei ausreichend langer Sonnenbestrahlung genügend Vitamin D ganz einfach selber bilden zu können. Da Vitamine allerdings per Definition essentiell sind, das heißt der Körper sie zum Überleben braucht, er sie aber nicht in ausreichender Menge selber synthetisieren kann und er dadurch auf eine Zufuhr von außen angewiesen ist, wird relativ schnell klar, wieso Vitamin D nicht als Vitamin klassifiziert werden kann, zumindest nicht in Regionen mit ausreichender Sonneneinstrahlung. Es trifft zu in Regionen, wo nicht ausreichend Sonneneinstrahlung herrscht, dass man dann Vitamin D über die Nahrung zuführen muss und Vitamin D dann tatsächlich ein Vitamin ist. Für andere Tiere wie Hunde und Katzen ist Vitamin D hingegen übrigens immer ein Vitamin, das zwingend mit der Nahrung zugeführt werden muss, weil weder Hunde noch Katzen durch Sonneneinstrahlung selbst Vitamin D bilden können. Darüber hinaus sind Menschen heute aufgrund unserer modernen Lebensumstände auch in einigen warmen Gebieten oft nicht in der Lage ausreichend selber Vitamin D synthetisieren zu können, weil sie während dem Tag in geschlossenen Räumen sind, weil sie Sonnencreme benutzen, ihre Haut großteils mit Kleidung verdecken und so sind auch sie auf eine Vitamin D-Zufuhr über die Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel angewiesen. Eine Sicherstellung der Versorgung ist dabei von großer Bedeutung, da Vitamin D essentiell für die Knochengesundheit ist, die Immunfunktion unterstützt und ein Regulator der Muskelkontraktion ist, wodurch es wichtig für die Muskelkraft und die neuromuskuläre Koordination ist. Mögliche Mangelsymptome bei einer Unterversorgung mit Vitamin D abseits der negativen Effekte auf die Knochengesundheit sind dabei vielfältig und können unter anderem in Form von erhöhter Infektanfälligkeit, chronischer Müdigkeit, depressiven Verstimmungen, Fertilitätsstörungen und vielen weiteren Symptomen auftreten. Die DGE nennt Vitamin D zwar als kritischer Nährstoff bei veganer Ernährung, allerdings betont sie in ihrem Positionspapier auch, dass Vitamin D ebenso wie Jod ein kritischer Nährstoff auch für die Allgemeinbevölkerung und nicht nur für die vegan lebende Bevölkerung ist. Laut den Daten der Nationalen Verzehrstudie 2 sind etwa 82 Prozent der Männer und 91 Prozent der Frauen von einer Unterversorgung mit Vitamin D betroffen. Andere Veröffentlichungen sprechen hingegen zwar nur unter Anführungszeichen von einer Mangelrate von 55 bis 75 Prozent bei beiden Geschlechtern, aber welche Zahl man auch immer annimmt, die Rate ist sehr hoch und die geschätzten Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen könnten sich nach einer Hochrechnung jährlich etwa in einer Größenordnung von 37,5 Milliarden Euro bewegen, wenn die Vitamin D-Versorgung der deutschen Bevölkerung im Optimalbereich liegen würde. In einer vergleichenden Untersuchung zwischen vegan, vegetarisch und mischköstlich essend Menschen gab es darüber hinaus keinen Zusammenhang zwischen der Ernährungsweise und dem Vitamin D-Status. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass nur maximal 10 bis 20 Prozent des Vitamin D-Bedarfs über die Ernährung gedeckt wird und die restlichen 80 Prozent über die Eigenproduktion bei Sonneneinstrahlung. Das heißt, der wichtigste Faktor ist nicht, ob man tierische Produkte isst oder nicht oder in welcher Menge, sondern ob man ausreichend Zeit in der Sonne verbringt oder wenn man das nicht tut, ob man in ausreichender Höhe supplementiert. Zu viel Sonnenstrahlung kann zwar nicht zu einer Überproduktion an Vitamin D führen, aber ein Übermaß an Sonne kann die Entstehung und das Voranschreiten unterschiedlicher Arten von Hautkrebs begünstigen. Es ist aber natürlich möglich, dass man einen Mittelweg findet zwischen einer ausreichenden Sonnenexposition zur Vitamin D-Produktion und gleichzeitig keine Erhöhung des Hautkrebsrisikos, aber wie wir sehen, viele Menschen übertreiben das Sonnenbaden und erhöhen damit ihr Risiko für cancerogene Erkrankungen der Haut. Ein jahrzehntelanges Sonnenbaden beansprucht dabei auf Dauer dennoch die Haut und kann für das verstärkte Auftreten von Falten und Altersflecken verantwortlich sein. Menschen erreichten früher für eine lange Zeitspanne in der Evolution des Menschen bei weitem nicht das durchschnittliche Alter, das Menschen heutzutage erreichen. Daher blieben sie im Gegensatz zu heute auch oft von den negativen Langzeitauswirkungen wie dem erhöhten Hautkrebsrisiko durch zu viel Sonnenexposition verschont, die ja oft erst in der zweiten Lebenshälfte eintreten. Abseits der Sonnenexposition ist die Nahrungsmittelauswahl an guten Vitamin D-Lieferanten relativ beschränkt. Auf Seite der tierischen Produkte gibt es in erster Linie Lebertran und gewisse Fische wie Heringe, die relativ viel Vitamin D enthalten und Milch- und Milchprodukte können auch mehr oder weniger Vitamin D-haltig sein, auch in Abhängigkeit ihres Fettgehalts. Abseits davon gibt es im Pflanzenreich auch relativ wenig pflanzliche Vitamin D-Lieferanten, allen voran wären Pilze zu nennen, die zwar nicht von Haus aus immer Vitamin D enthalten müssen, aber wenn man sie im frischen Zustand der Sonne aussetzt, dann können die tatsächlich ebenso Vitamin D2 selber bilden. In einem Experiment wurden frische Champignons mit UV-Licht bestrahlt, woraufhin diese im Durchschnitt über 190 Mikrogramm, das sind mehr als 7600 internationale Einheiten, Vitamin D in Form von Vitamin D2 pro 100 Gramm bildeten. Diese Pilze wurden dann im Rahmen einer randomisierten, placebo-kontrollierten Untersuchung mit einem Nahrungsergänzungsmittel mit der gleichen Höhe an Vitamin D sowie einem Placebo-Präparat verglichen, um zu testen, ob das Vitamin D aus den Pilzen tatsächlich auch den Vitamin-D-Spiegel des Menschen erhöhen kann. Im Vergleich zur Placebo-Gruppe erhöhte sich sowohl in der Pilzgruppe als auch in der Supplementgruppe der Vitamin-D-Wert im selben Maße und so konnte auch die Bioverfügbarkeit des Vitamin-Ds aus Pilzen bewiesen werden. Ähnliche Experimente konnten diese Ergebnisse seither bestätigen. Je nach Bestrahlungszeit könnten Pilze sogar noch weitaus höhere Mengen an Vitamin D von bis zu knapp 500 Mikrogramm, also knapp 20.000 internationale Einheiten pro 100 Gramm bilden. Diese große Menge an 20.000 internationalen Einheiten pro 100 Gramm ist dabei so hoch, dass wenn man von einer Tageszufuhr-Empfehlung von 2.000 Einheiten pro Tag ausgeht, eine erwachsene Person mit 100 Gramm 10 Tage ihren Vitamin-D-Bedarf decken kann bzw. im Umkehrschluss mit nur 10 Gramm pro Tag von diesen Pilzen ihren Tagesbedarf sicherstellen kann. Auf der anderen Seite, wenn man über die Sonnenexposition geht, können oft während der Mittagszeit, während der Sommersonne auch einige Minuten bereits genügen. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass Gebieten wie Deutschland, Österreich und der Schweiz in vielen Monaten im Jahr die Sonneneinstrahlung zu schwach ist, damit man ausreichende Mengen produzieren kann und daher kann es eben sein, dass man unterversorgt ist. In diesem Fall würde man dann empfehlen, am besten Vitamin D zu supplementieren, weil die Nahrungsquellen eben sehr eingeschränkt nur verfügbar sind. Wie viel Vitamin D eine Person tatsächlich an einem Tag produzieren kann, ist dabei abhängig von einer ganzen Reihe an Faktoren. Dazu zählen unter anderem die Jahreszeit, die Tageszeit, die Hautfarbe der Person, das Körpergewicht der Person, ihr Alter, die Verwendung von Sonnencreme bzw. Kleidung und anderen Materialien sowie weitere interindividuelle Unterschiede. Nummer eins, die Jahreszeit. Die Sonneneinstrahlung ist natürlich nicht im Laufe des ganzen Jahres gleich, zumindest nicht in unseren Breiten und von daher kann man an manchen Monaten mehr Vitamin D synthetisieren als in anderen. Diese Kenngröße zeigt der sogenannte UV-Index, der den Durchschnittswert der Sonneneinstrahlung in einem Monat oder einer Woche angibt und somit gut aufzeigt, ob man im Rahmen dieser Zeitperiode bei Sonnenexposition um die Mittagszeit herum genügend Vitamin D produzieren kann. Erst ein UV-Index von drei oder mehr steht dabei für eine Sonneneinstrahlung, die im Durchschnitt stark genug ist, um eine ausreichende körpereigene Vitamin D-Synthese zu ermöglichen. Je höher der UV-Index ist, desto schneller bilden wir größere Mengen an Vitamin D, das heißt im Umkehrschluss, desto weniger Zeit müssen wir in der Sonne verbringen und sollten wir auch, weil natürlich auch das Risiko für Sonnenbrände und das Hautkrebsrisiko steigt. Die hier gezeigte Abbildung aus meinem Buch Vegan Klischär D illustriert den UV-Index von Städten wie Berlin, Wien, Los Angeles, Rio de Janeiro und Sydney im Jahresverlauf und macht deutlich, dass lange Winter in einigen Ländern die Vitamin D-Bedarfsdeckung über die Sonneneinstrahlung in vielen Monaten verhindern können. In Berlin ist die UV-Strahlung beispielsweise im Durchschnitt nur an sechs Monaten im Jahr stark genug, damit Menschen an der Sonne überhaupt ausreichend Vitamin D selbst produzieren könnten, während die Strahlung in Los Angeles an ganzen elf Monaten im Jahr stark genug ausgeprägt ist. Der zweite Punkt ist die Tageszeit. Die Sonneneinstrahlung variiert natürlich im Laufe des Tages ihre Intensität und von daher ist es wichtig, wenn man ausreichend Vitamin D selber produzieren möchte, dass man um die Tagesmitte herum in die Sonne geht. In der Zeit vor 10 Uhr und nach 15 Uhr ist selbst im Sommer die Vitamin D-Produktion durch die Sonneneinstrahlung deutlich reduziert. Der dritte Punkt ist die Hautfarbe, denn die Effizienz der Vitamin D-Synthese ist unter anderem auch abhängig von der Pigmentierung der Haut. Je heller die Haut einer Person ist, desto mehr Vitamin D kann diese Person im Vergleich zu einer Person mit dunklerer Haut in derselben Zeit bei gleicher Sonneneinstrahlung produzieren. Der vierte Punkt ist das Körpergewicht. Man weiß, dass Personen mit Übergewicht und Adipositas weniger effizient Vitamin D synthetisieren können als Personen mit Normalgewicht. Menschen mit Adipositas, also einem BMI von über 30, weisen im direkten Vergleich zu Menschen mit Normalgewicht, also einem BMI von unter 25, eine nur halb so effiziente Vitamin D-Synthese auf. Der fünfte Punkt ist das Alter. Mit steigendem Alter nimmt ebenfalls die Vitamin D-Synthese ab. Menschen ab dem 65. Lebensjahr bilden dabei bei gleicher Sonneneinstrahlung nur noch etwa ein Drittel bis maximal die Hälfte an Vitamin D im Vergleich zu jungen Erwachsenen. Der nächste Punkt ist Sonnencreme, Kleidung und andere Materialien. Da dieselben UVB-Strahlen, die die Vitamin D-Eigensynthese anregen, auch dieselben sind, die Sonnenbrände verursachen können, ist es wenig überraschend, dass Sonnencreme, die vor Sonnenbränden schützen kann, auch gleichzeitig die Vitamin D-Synthese reduziert. Eine Sonnencreme mit beispielsweise Sonnenschutzfaktor 30 reduziert die Vitamin D-Produktion um ganze 95 Prozent. Ebenso gelangt kaum UVB-Strahlung durch Kleidung sowie durch andere Materialien wie Glas, Plexiglas und Plastik. Der letzte Punkt sind die interindividuellen Unterschiede. Selbst bei gleichem Alter, bei gleicher Hautpigmentierung und weiteren gleichen Rahmenbedingungen können trotzdem unterschiedliche Personen unterschiedlich hohe oder niedrige Kapazitäten zur Eigensynthese an Vitamin D aufweisen. In einer Untersuchung wurden Mit-20er aus Hawaii mit normalem Körpergewicht und mittlerer Hautpigmentierung untersucht, die im Durchschnitt ganze vier Stunden pro Tag im Freien verbrachten, wobei sie zu etwa 75 Prozent dieser Zeit auch keinen Sonnenschutz benutzten. Unter diesen Rahmenbedingungen wäre anzunehmen gewesen, dass alle Testpersonen sehr gut mit Vitamin D versorgt sind. Dennoch wiesen etwa die Hälfte der untersuchten Teilnehmer einen Vitamin D-Spiegel unter der Mindestgrenze für eine adäquate Versorgung auf. Eine weitere häufige Frage in dem Kontext ist, ob man denn auch einfach in Solarium gehen kann, um seinen Vitamin D-Bedarf zu decken. Es ist zwar richtig, dass Solarien auch unter anderem UVB-Licht liefern und damit eingeschränkt zumindest es möglich wäre, seinen Vitamin D-Bedarf dadurch zu decken, aber Untersuchungen zeigen, dass Solarien deutlich risikobehafteter sind als die klassische Sonneneinstrahlung. Das liegt daran, dass ihre UVB-Strahlung, die zur Vitamin D-Synthese führt, zwar mitunter ähnlich stark ausgeprägt wie bei der Sonne ist, jedoch die Krebs- anstatt Vitamin D-fördernde UVA-Strahlung in Solarien bis zu zehnmal höher ausfallen kann. Aus diesem Grund muss sowohl in Bezug auf die Vitamin D-Synthese als auch allgemein aus gesundheitlichen Gründen vom regelmäßigen Besuch von Solarien abgeraten werden. Wenn man jetzt wissen möchte, wie viel Zeit man an der Sonne verbringen muss, um seine Vitamin D-Eigensynthese zu optimieren, gibt es eine Kenngröße, die ihr helfen kann. Die sogenannte minimale erythematogene Dosis, abgekürzt MED. Und die MED gibt an, wie viel Zeit man an der Sonne verbringen kann, bevor man einen Sonnenbrand bekommt. Ausgehend von diesem Grenzwert sollte man etwa ein Viertel dieser Zeitspanne mindestens zwei- bis dreimal wöchentlich an der Sonne verbringen, um eine ausreichende Vitamin D-Produktion zu erreichen. Die MED ist natürlich von vielen Faktoren wie dem Alter, der Hautpigmentierung, der Jahreszeit und weiteren beeinflusst und von daher kann man keine allgemein gültigen, für alle Menschen zutreffenden Empfehlungen aussprechen, aber zumindest kann man einmal das System dahinter dann erkennen und kann für sich selbst berechnen, wie lang die eigene MED ist und wie viel man davon dann in der Sonne verbringen sollte. Um letztendlich zu wissen, ob man ausreichend Zeit an der Sonne verbracht hat, hilft ein sogenannter 25-Hydroxy-Vitamin-D-Test, abgekürzt 25-OHD. Man sollte hier die minimal und maximal und die Referenzwerte allgemein kennen, allerdings muss man hier sagen, hier unterscheiden sich diese Werte von Quelle zu Quelle und wir haben versucht hier eine Annäherung anhand des gesamten Balance of Evidence, also der Gesamtheit der Datenlage zu finden. In Untersuchungen kritisieren Wissenschaftler nämlich immer wieder die etwas zu geringen Empfehlungen der offiziellen Fachgesellschaften mit der Begründung, dass eine gute Vitamin-D-Versorgung nicht nur das Mindestmaß zur Prävention von Vitamin-D-Mangelerkrankungen, wie Rachitis oder Osteomalazie bedeutet, sondern die optimale Bedarfsdeckung für die Gesundheit. Die hier gezeigte Abbildung aus meinem Buch Vegan Klischärde bildet daher eine Annäherung an die Festlegung optimaler Laborwerte und bezieht darin eine Reihe von offiziellen Empfehlungen, aber auch Expertenmeinungen und weitere wissenschaftliche Veröffentlichungen mit ein. Je nach Labor können die Werte entweder in Nanogramm pro Milliliter oder in Nanomol pro Liter angegeben werden. Multipliziert man die Nanogramm pro Milliliter mit dem Faktor 2,5, dann erhält man die Werte in Nanomol pro Liter. Umgekehrt dividiert man im Umkehrschluss die Werte Nanomol pro Liter durch 2,5, dann erhält man die Messergebnisse in Nanogramm pro Milliliter. Wenn man den eigenen Vitamin-D-Status überprüfen und längerfristig beobachten möchte, dann ist es wichtig, aufgrund der großen Messwertschwankungen in den unterschiedlichen Verfahren von unterschiedlichen Laboren die Vitamin-D-Tests immer wenn möglich im selben Labor durchführen zu lassen. Ein weitersgehender Konsens besteht darüber, dass eine Serumkonzentration von unter 50 Nanomol pro Liter ein Marker für eine unzureihende Versorgung ist und das Risiko für Rachitis bei Kindern und Osteomalazie bei Erwachsenen erhöht. Bei Säuglingen und Kindern gilt dieser Wert zwar als Minimum, aber der Optimalbereich wird bei ihnen erst ab einem Wert von etwa 75 Nanomol pro Liter erreicht. Der Referenzwert für eine adäquate Versorgung beim Erwachsenen wird erneut von mehreren Quellen unterschiedlich definiert, kann aber auf etwa 75 bis 150 Nanomol pro Liter festgelegt werden. Obwohl ein großer Teil der Veröffentlichungen diesem Bereich als vollkommen sicher ansieht, warnen manche Institutionen wie die National Institutes of Health in ihren Veröffentlichungen vor Serumkonsertationen von mehr als 125 Nanomol pro Liter und sehen besonders ab einem Wert von 150 eine gesundheitliche Gefahr. Daher wurde der Optimalwert in dieser Grafik auf einen schmaleren Bereich von 100 bis 125 Nanomol pro Liter gesetzt. Dieser Serumwert wird von allen Veröffentlichungen als sicher und ausreichend angesehen und gibt dennoch Raum für eine leichter runter- oder leichter rüberliegende Konzentration. 150 Nanomol pro Liter ist auch der maximale Serumwert, den man in den meisten Fällen durch Sonneneinstrahlung erreichen kann. Bei unter Anführungszeichen natürlich lebenden Völkern wie den Maasai oder den Hatsan, die große Teile des Tages im Freien verbringen, betrugen die Serumkonsertationen unabhängig von Alter, Geschlecht und Körpergewicht im Durchschnitt etwa 115 Nanomol pro Liter. Frauen geben darüber hinaus auch erst etwa mit diesem Serumwert Muttermilch mit optimalem Vitamin-D-Gehalt, um den Säugling auch ohne Nahrungsergänzung optimal versorgen zu können. Auch dies spricht zusätzlich für einen Optimalwert in dieser Größenordnung. Der höchste jemals gemessene Wert durch Sonneneinstrahlung war 225 Nanomol pro Liter bei einem Bauern aus Puerto Rico. Der höchste überhaupt je gemessene Vitamin-D-Spiegel durch UV-Strahlentherapie betrug 275 Nanomol pro Liter. Die Toxizitätsgrenze für Vitamin-D ist zwar nicht eindeutig geklärt, aber sie liegt vermutlich im Bereich von 350 bis 400 Nanomol pro Liter. Daher wird in einigen Veröffentlichungen von einem mittleren Grenzwert von etwa 375 Nanomol pro Liter ausgegangen. Da Vitamin-D als fettlösliches Vitamin im Körper gut gespeichert werden kann, ist es natürlich wichtig, dass man auf eine optimale Zufuhr achtet, aber eine Überversorgung ebenso wie eine Unterversorgung vermeidet. Das war's in Bezug auf die allgemeinen Informationen zum Thema Vitamin-D. Im nächsten Video in der kommenden Woche sprechen wir wie gesagt über die optimale Dosishöhe bei Supplementierung und über die beste Form von Vitamin-D. Wenn man bis dahin noch mehr zum Thema vegane Ernährung allgemein erfahren möchte, kann man das in meinem Buch Vegan-Klischar-D genauso wie im Vegan-Klischar-D-Kochbuch gemeinsam mit Sebastian Kubin machen. Außerdem in unserem gemeinsamen Online-Kurs der Nutrition Masterclass. Darüber hinaus kann man live vor Ort in Berlin Teil des Vier-Tages-Seminars mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch pflanzliche Ernährung sein und jeden Mittwoch um 16 Uhr erscheint hier auf YouTube ein neues Video. Von daher sehr gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtung aktivieren, damit man zukünftig kein neues Video mehr verpasst. Das war's von mir in diesem Video. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen und wünsche bis dahin alles Gute und beste Gesundheit.